Hey Flisterfreunde, wir machen einen Girls Trip, yay! Es ist echt noch richtig früh am Morgen, aber bevor wir starten, möchte ich euch gerne was Solles zeigen. Wilde hat mir nämlich ein riesiges Paket zugeschickt. Unter anderem ist da das neue Body Wash enthalten. Das ist wirklich revolutionär, weil das ist einfach 100% plastikfrei. Die Verpackung oder die Nachfüllpacks werden aus Pflanzen hergestellt. Und die sind sogar schneller biologisch abbaubar als Bananenschalen. Die Tüte sind wirklich einzigartig. Ich packe sie euch hier mal rein. Das ist mein neuer absoluter Lieblingsduft. Das riecht so gut. Die Pflegewirkung ist echt richtig gut. Man hat so weiche Haut danach. Der Duft ist langanhaltend und das ist für alle Hauttypen geeignet. Hier seht ihr die Cases. Die sind sogar personalisiert. Also das kann man machen, wenn man will. Und die Handhabung ist manchmal echt mega easy. Also ich bin absolut begeistert. Bei jeder Bestellung spart man über 30 Gramm Plastik ein. Und Wild konnte so schon über 200 Tonnen Plastik vermeiden. Hier seht ihr auch das D.O.Case. Ich finde das so schön. Und hier dann, da gibt es ganz, ganz viele Refills. Also hier ist, glaube ich, Gemma Breeze. Dem gebe ich eine 8 von 10. Dann kommt mein Lieblingsduft. Der ist eine 100 von 10. Coconut Vanilla. Und schaut sehr, sehr gerne bei Wild vorbei. Mein Code Whispers20 ist in der Infobox verlinkt. Also ich habe meine Bestellung schon getätigt, weil ich dieses Konzept wirklich unterstützen möchte. Und ja, sie haben auch eine Partnerschaft mit Allermission. Also wenn ihr was bestellt, deckst der Wild, Wild weiter. Also schaut gerne vorbei. Ich habe dann morgens noch ein Video gedreht. Also das war echt früh, ich glaube, halb sieben. Und so sieht das Ganze dann bei mir aus. Also, ja. Also nix mit Oberprofessionell. Aber so bin ich eben lieber real als alles andere. Ja. Da habe ich eigentlich nicht nur frisch ausgesehen. Dann habe ich meinen Frick zum Frühstück gemacht. Weil um 8 ging der Zug los. Ja. Das habe ich mir gekönnt. Und ich freue mich jeden Morgen darauf. Ich erlebe es einfach. Dann war ich schon im Zug. Und da war ich echt ein bisschen traurig. Weil ich auch meine Brieftasche nicht gefunden zu Hause. Und da hatte ich dann echt ein bisschen Panik. Und ich musste hier einfach so eine alte Nehmeinwandgeld reinmachen, was ich gefunden habe. Und Gott sei Dank hatte meine Mama mal einen Schlüssel. Und die hat dann meine Brieftasche gefunden. Die ist irgendwo hinten runtergefallen. Also das war erst schon wieder so eine typische Ich-Aktion. Ich habe auch ein bisschen was gesnackt im Zug. Das waren Linsenwaffeln. Ein bisschen Aufstrich. Und zwar die Gurken-Sange, aber es sind gerötten. Aber ich mag das. Also es ist ein richtig leckerer Snack. Und ja, die Zugfahrt hat vier Stunden gedauert. Am Bahnhof sind wir dann auch noch ein bisschen shoppen gegangen. Also ich war ja mit meinen Mädels unterwegs. Und da gab es gerade echt einen großen Sale. Aber ich habe eigentlich nichts gebraucht. Das ist unser Apartment gewesen. Also wir sind ja immer echt Sparfixe, muss ich sagen. Wir haben zu viel 250 Euro gezahlt. Und das war echt ein schönes Apartment. Also wir haben dann diese Couch noch ausgezogen. Und da haben dann zwei Mädels geschlafen und zwei im Bett. Und ja, also das war echt so ein neuer Komplex. Und da gab es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und ja, ich erlasse euch jetzt mal das A-Japping-Family erleben. Und dann melde mich gleich wieder. Ja. 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 Okay. 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 nicht, könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das echt nicht interessiert, weil so wie hier ja, war ich dann auf unserer Baustelle gleich am Nachmittag und wir mussten beim Haus weiterarbeiten ja also, ja, hab auch geblutet weil wir alles rausgerissen haben das war unser Bad das ist jetzt schon leer da haben wir alles runtergeholt und ja ich hoffe euch hat dieser Liste Vlog gefallen lasst mir bitte sehr, sehr gerne Feedback da liked das Video macht einen Kommentar und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen bis dann